Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr habt es im Titel gesehen, ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich arbeite ganz ganz hart darauf hin, dass wir endlich auch diese eine Errungenschaft schaffen mit den ganz ganz vielen Adler Artillerien, also 2000 glaube ich sind es. Ich weiß, jemand der in Legende ist oder so oder da schon ewig rumhockt, der lacht natürlich darüber, weil der musste ich sag mal so ziemlich ewig Bases machen, die natürlich auch einen Adler haben und musste sich dadurch quälen. Das ist jetzt leider bei mir nicht so. Ich bin ja dann doch eher der Spieler, der auch mal so ein bisschen in den unteren Regionen farmt und nicht immer unbedingt High End um mich brauche. Das macht aber nichts. Komisch gelaufen gerade. Ist nicht so schlimm. Ich will das Ding hier gewinnen. Das heißt, ich will gar nicht gewinnen. Ich will bis zum Adler kommen. Ich will ja nur bis zum Adler kommen. Das reicht mir da schon. Und da die Base hier relativ ausgebrannt ist, glaube ich, könnt ihr da vielleicht mal springen. Kann es natürlich sein, dass wir das Ding hier irgendwie schaukeln. Ich gucke mal gerade. Ich glaube, ich habe da einen Pekka drin. Ich glaube, ich habe da einen Pekka. Wo ist denn eigentlich mein King? Ach, da oben eiert der rum. Okay. Da oben eiert der King rum. Dann nehmen wir hier unten mal unsere Miner mit. Ich bin immer noch mit der Armee unterwegs. Die wechsle ich jetzt auch erst mal nicht. Zum Farm ist sie echt gut. Und ich bin aber im nächsten CK mit dabei. Deswegen, mal sehen. Ich weiß noch nicht. Ich sammle im Moment das Dunkle entweder für den King oder für den Zauber. Ihr seht. Ah ne, das sieht er jetzt nicht mehr. Der ist schon ausgebrannt. Mein Wurzauber ist jetzt endlich auf sechs. Also den habe ich ja ganz regulär laufen lassen. Und danach hatte ich eigentlich gedacht, mache ich den Skelett Zauber. Dann drücke ich mir den Helden vielleicht ein. Es gibt ja morgen Buch. Also mit morgen meine ich heute. Es gab heute das Buch. Also für euch ist das schon heute. Ich drehe die Folge ja erst am Donnerstag ab. Und dementsprechend denke ich mal, sind noch mal zwei Heldenlevel drin. Einmal Warden, einmal der King. Ich glaube, den King mache ich mit einem Hammer. Den kann ich mal wieder mit einem Hammer machen. Oh, ich habe sogar noch ein Clanspiel dabei. Alles klar. Ich habe sogar noch ein Clanspiel dabei. Auch nicht schlecht. Ich nehme mal die gleiche Truppe wieder. Maschine auch nachbauen. Ich habe die Tage mal wieder vergessen, ewig vergessen, die Maschinen zu bauen. Und auch hier habe ich schon wieder vergessen, ein Gift zu nehmen. Ich muss einfach mal immer einen wegschmeißen. Ich glaube, ich muss immer einen wegschmeißen. Also mal sehen, wie wir es hier machen. Der King ist in zwei Stunden fertig. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann mal wieder in den Shop gehe. Die sieben Tage sind um. Hurra! Wir können den nächsten Hammer nutzen. Und ich kann mir vorstellen, wir nehmen mal den Hammer der Helden und hauen uns den King hier hoch. Beziehungsweise, da ist der King. Der ist in 15 Minuten fertig. Mein Warden ist in zwei Stunden fertig. Entschuldigt bitte. Und dann machen wir den morgen mit dem Buch, denke ich mal. Ich glaube, das ist das Richtige. Oder aber, ich mache ihn mir mit Gems. Mal sehen. 825. Der Pass läuft ja noch ein bisschen. Und wie viel muss ich denn eigentlich noch machen hier? Wo ist denn diese komische Errungenschaft? Drei Stück noch. Drei Stück noch. Die mache ich mit euch. Alter Falter, 1000 Gems gibt das. Ich denke, ihr habt das schon fertig. Wenn nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, wie weit ihr in etwa so seid. Man schafft ja schon so die erste Errungenschaft mit Rathaus 9 so circa. Oder 8, 9, keine Ahnung. Und danach sind es, glaube ich, 250 oder so. Und dann wächst das gleich auf 2000 an. Also ist schon ein krasses Teil. Und ich finde, 1000 ist auch dafür gerechtfertigt. Ich meine, für viele andere Sachen gibt es ja weniger Gems. Aber ich fordere eben mal an, lasse mal eben die Helden hier regeln. Und dann machen wir natürlich noch ein bisschen Angriffe, bis wir endlich unsere Errungenschaft hier haben. Eigentlich droppe ich immer nur Pokale, wenn ich auf meinen King warte. Der King wird ja meistens immer komplett runtergeballert. Aber den kann ich jetzt nicht, den kann ich einfach nicht stehen lassen hier. Oder liegen lassen. Der ist echt mal, ja, ich denke mal, er wird relativ easy sein. Ich gucke mal, ich gucke mal, dass ich hier so ein bisschen reingehe. Okay, ich habe jetzt nur meine Queen. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen ja nur den Adler haben. Das reicht uns an der Stelle. Aber da muss man immer so ein bisschen zweckmäßig denken, würde ich sagen. Und dann nehmen wir mal hier einen Päcker. Eins, zwei, drei dahinter her. Und ich glaube, wir machen uns hier mal das Törchen auf. Zack, da ist er auf. Ja, komm, wir nehmen mal den Eisigen mit rein hier. Einmal den da gesetzt. Alter, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Jetzt habe ich nicht. Ich weiß, ich habe jetzt keinen Mauerbrecher und nichts dabei. Ist aber nicht so schlimm. Wir können die Queen einfach mal springen lassen. Komm, hopp. Ach, die war da schon durch. Scheiße. Okay, die war da schon durch. Dann nehmen wir das mal in Frost hier. Wunderbar. Und, oh, da ist meine Maschine schon kaputt. Okay, nicht meine Maschine, sondern mein, wie heißt der Typ da? Ihr wisst schon, wie nicht meine. Den Elektrodrahan, Mensch. Den Elektrodrahan. So, der ballert schon mal nicht mehr. Und da hinten ist eine Queen. Egal. Wir nehmen mal das Außenfeld hier mit, mit den Minern. Alter, 1000 Sprungfallen. Jawohl, jawohl, jawohl. Macht mich mal fettig hier, ey. Mann, Mann. Hat die da gerade alle Fallen. Scheiße. Ja, so blöde. Egal. Die Queen macht eh jetzt im Moment gerade nichts. Gut. Das kann auch so passen. Der hat auch wirklich alles auf Single. Inferno hier. Ich wollte jetzt meine Karre hier für diese Base echt nicht verbraten. Muss ich leider mal so sagen. Aber wir holen uns den Loot in dem Fall. Wir wollen das Rathaus nicht. Wir holen uns hier den restlichen Loot hoffentlich. Das sieht noch gut aus. Das sieht noch gut aus. Aber das steckt jetzt noch so ein bisschen in der... Oh, im Rathaus drin. Oder da im Rathaus in der Clanburg. Die gehen jetzt erstmal alle komplett nach außen. Das ist natürlich scheiße. Und wenn gleich der Single Inferno auf meine Queen geht. Ach, jetzt mal. Ja, das ist schade, dass die meine jetzt nicht reingehen und erstmal außen alles wegmachen. Naja, gut. Ist auch egal. Es sei ihnen gegönnt. Aber der Single Inferno wird mich gleich wegberaten, glaube ich. Es sei die... Mal gucken, was die Queen macht. Rumlaufen oder Mauer. Rumlaufen oder Mauer. Sobald die eine Mauer macht, gebe ich auf hier. Denn ich habe keinen Bock, die jetzt in den Single Inferno. Oh doch, sie macht Mauer. Aber sie ist nicht im Bereich des Single Inferno. Okay. Das müsste die eigentlich packen. Na komm. Ein Schuss. Ein Schuss. Zack. Ja. Wunderbar. Ein Schuss die Queen. Und dann dürfte ich jetzt gleich auch den Dicken wieder dabei haben. Ja. Passt so. Alles cool. Ähm. Zauber. Ist... 1, 2, 3. Wieso habe ich denn jetzt 3 davon? Ein Gift. Das machen wir mal so. Passt so. Ja. Zweimal noch. Noch 2 Adler Artillerien. Und dann hauen wir hier die 1000 Gems, denke ich mal, auch irgendwie in den Sack. Okay. Der nächste Adler kommt bestimmt. Ich habe mich übrigens gerade gewundert, warum ich hier mal Weiß auf Weiß hatte heute Abend. Also Weiß und Weiße Wolken. Ähm. Ja. Ich habe es halt hier mal irgendwie mal umgestellt gehabt. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. Ähm. Aber die dunklen Wolken sind mir dann doch ein bisschen lieber. Puh. 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 Ich kann ja gleich wieder in die Suche gehen. Meine Tobi sind ja fertig im Boost. Und dann nehmen wir gleich mal den nächsten mit. Da ist er schon. Jetzt habe ich zwar keinen King, aber das ist nicht so schlimm. Dafür nehme ich jetzt die Karre hier. Und wo ist der Adler? Da ist er. Sehr geil. Ich freue mich, muss ich sagen. Ich freue mich wirklich, dass ich die 1000 Gems endlich habe. Ich weiß, es hat jetzt echt lange gedauert. Ich habe die Tage mal geguckt. Da habe ich gedacht, oh Tutu, du brauchst ja nur noch 20, 30 Stück oder so. Keine Ahnung, wie viele es da noch waren. Die kannst du dann mal eben machen. Ja, hätte ich auch wirklich machen können. Hätte ich auch wirklich machen können. Habe ich gar nicht so über nachgedacht. Queen könnte eigentlich springen, oder? Die Queen könnte da hier rüberhüppeln. Hier nehmen wir mal schon mal den dunklen Bohrer mit. Muss ich auch machen. Und ich schicke mir einfach hier so meine Truppen hier mal so rein. Ich glaube, in so eine Base ist das alles nicht so schlimm. Die Queen kriegt jetzt ein bisschen Beschuss da. Ja, passt so. Ei, da ist sie. Da ist sie. Geiler Scheiß. Da ist sie schon. Super einmal hier durchgeheilt. Aber warum habe ich da jetzt geheilt? Irgendwie ist man immer auf den Trip, dass man immer 12er macht. Und ich wollte da vorne eigentlich jetzt in Wut gesetzt haben. Die Tage hat jemand geschrieben, warum nimmt man eigentlich XY mit, wenn eine Base eigentlich tot ist oder so. Ja, macht man eigentlich irgendwie und zwar da noch einen Freeze. Ich habe jetzt keinen. Ich habe leider, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr, was jetzt vorballern kann. Aber ich glaube, den haben wir trotzdem gerockt. Ja, der ist es auch nicht schwer. Der ist auch nicht schwer hier. Okay, wir haben die 1000 Gems im Sack. Das ist super. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch die auch schon geholt, in welcher Art auch immer. Es gibt schon sehr, sehr viele auch. Ich glaube, ich habe schon mal einen 9er gesehen, der diese Tat fertig hatte. Müsste ich jetzt lügen. Aber ich glaube, es ist so. Aber so 10er, 11er, die schaffen das natürlich, indem sie immer mal wieder einen Adler mitnehmen. Manchmal ja auch in den unteren Regionen beim Farmen. Wenn du da dann auf einen 11er triffst, der vielleicht gerade so ein 11 ist oder hat den Adler noch irgendwie draußen ein Dorf dann aufgegeben. Dann geht sowas natürlich alles. Aber hier haben wir die 1000 Gems. Wir haben die Challenge hier auch. Ich habe noch eine Challenge mitgenommen. Okay. Oh Käse. 1000 Stück. Bruchen wir uns hier ab. Und 5000 nochmal an EP hier. Damit haben wir 1000 Gems mehr. Das ist natürlich echt cool. Echt cool. Freue ich mich. Ich booste hier ganz fröhlich weiter. Heute Abend noch. Auch noch mit meinen anderen Accounts. Und wir ballern uns hier in jedem Fall den Otto hier hoch. Ich hatte ja gesagt, wir nehmen mal einen Hammer wenigstens. Dafür haben wir die Teile, ja. Und schießen uns ihn hier hoch. Dann habe ich den schon mal auf 61. Ja, passt. Dann habe ich den schon mal auf 61. Oh, mein Boost ist jetzt rum. Ah, das ist doof. Ja, das ist doof. Ich habe jetzt noch so viel Boost. Da muss ich jetzt gerade nochmal die 5 reinballern. Eine Stunde, neun Minuten. Okay, da muss ich das nochmal gerade reinballern. Und was forscht man jetzt? Was forscht man jetzt? Jetzt kann ich das Dunkle natürlich eigentlich mal zum Forschen nehmen. Ich wollte es ja zum hellen Level nehmen. Aber ich will ja hier auch mal fertig werden. Wir nehmen das Teuerste hier. Ihr wisst, der Erdbeben ist bei mir ganz, ganz am Ende dran. Und ja, super Sache hier. Also 2000 Gems. Die solltet ihr euch in jedem Fall auch gönnen. Und ich habe es mir jetzt erst mal abgeholt. 16.000. Passt so. Ist stabil, würde ich sagen. Reicht in jedem Fall noch für ein hellen Level. Mal sehen. Die nächsten Tage wählt man in jedem Fall so ein bisschen aus allen Dörfern wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal am Ende einen Daumen nach oben da. Und bis dahin. Euer Toto. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.